Ich bin nicht alleine zu Hause. Wir sind das grüne Leben hier in der Früh zurück. Guten Morgen! Wir haben schon halb 11.00 Uhr. Ich habe heute mal bis 9.00 Uhr geschlafen, weil ich glaube ich erst um halb 3.00 Uhr geschlafen habe und ich dachte, eigentlich habe ich heute nichts vor, deswegen warum nicht mal länger schlafen? Auf jeden Fall gibt es jetzt Porridge. Nicht Porridge, ich bin so durch. Rice Pudding mit dem Whist... Mit dem Pistate, dem Wild Chocolate Whey und Apfelmark und Zimt. Das geile an dem Whey ist, dadurch, dass der Laktase zugesetzt ist, das ist das erste, was mit Laktase ist, damit es besser verdaulich ist. Dadurch wird die Konsistenz so abnormal geil und nicht so flüssig wie mit normalem Whey ohne Laktase. Das ist einfach nur der absolute Hammer. Braucht jeder zu Hause. Und das gibt es jetzt und dann geht es in Lackday. Ich hoffe mal, dass ich ein bisschen Kraft heute habe. So Freunde, ich bin back aus dem Gym. Lackday war richtig gut. Ich habe einfach einen neuen PR geknackt im Kreuzheben. Es war keine saubere Ausführung, muss ich dazu sagen, aber ich habe drei bis vier Wiederholungen geschafft mit mehr Gewicht. Ich glaube mit zehn Kilo mehr insgesamt. Und da bin ich sehr stolz drauf. Jetzt bin ich aber fix und fertig. Heißt gerade ein bisschen gechillt. Und jetzt gibt es Wrap endlich wieder mit Pute und Käse, Kohlrabi, Gurke. Ja, genau. Und danach geht es mit Barteli raus. Und dann rufe ich noch kurz Mama an. Ja, genau. Und sonst mache ich heute eigentlich nicht mehr viel, außer hier ein bisschen Klarschiff machen, weil ab morgen Tonja bei mir ist und wahrscheinlich bis nächsten Freitag hier ist. Und dann fahren wir noch zusammen nach Berlin in der Nacht. Ja, also habe ich auf jeden Fall Full House hier die nächste Woche. Freunde, es ist wieder Zeit für Nudelauflauf und Pizzabrötchen und Pizzabrötchen. Naja, auf jeden Fall sieht es wieder sehr, sehr delicious aus. Und oh mein Gott, ich freue mich so drauf. So Freunde, bei mir gibt es erstmal guten Morgen. Ich war schon im Gym, hatte ein IsoClear und hatte jetzt gerade noch ein Flexpresso getrunken. Heißt Proteine sind schon mal safe, safe, safe. Jetzt gibt es noch Cornflakes mit diesem Proteindrink von ESL, diesem Ready to Drink, damit der auch mal leer wird. Und ja, das lasse ich mir jetzt schmecken. Und dann habe ich nachher noch einen Call. Ich weiß, es ist Sonntag, aber heute ist ein wichtiger Call. Der geht anderthalb Stunden, glaube ich, und muss meine Bohnung ein bisschen sauber machen. Und dann kommt wahrscheinlich so gegen 16, 17 Uhr kommt Tonja zu mir und dann fahren wir zu Millie und machen eine Christmas Girls Night. Ich freue mich sehr drauf. So Freunde, ich snacke gerade noch ein Wrap mit Käse, richtig random, aber habe zwar nicht wirklich Hunger, aber ich habe Bock auf etwas Herzhaftes. Ähm, ja, dann habe ich gleich einen Call. Ich gebe noch einen Monster dazu, ich habe noch eins da. Und danach kommt schon Tonja und dann, ja, werde ich mich wahrscheinlich später wieder bei euch. So Freunde, ich snacke jetzt gerade noch einen Kinderpingui, weil Tonja verspätet sich ein bisschen. Und dann müssen wir erst zu Millie fahren, dann müssen wir das ganze Essen noch vorbereiten und ich habe einfach schon richtig Hunger. Deswegen snacke ich jetzt noch kurz was, damit er nicht ganz so doll ist. Und dann gehe ich kurz mit Bounty raus und dann mache ich mich fertig. Früh, aber ich bin im letzten Moment fertig geworden. Hammer, sieht doch schön aus hier. Ah, Copyright-Musik. Mein Bounty hat was Schönes anzuheißen, nicht mehr, weil dem ist zu warm. Ja, wir sind im Schneesturm hierher gekommen. So Leute, es gibt jetzt noch Pommes, weil wir sind irgendwie nicht happy gewesen mit dem, was wir an Essen hatten. Wir waren jetzt gerade noch im Schnee, ich blöde euch mal ein Video ein. Und ja, geil. Und wie die aussehen, das zeige ich dir. Das ist mein Lebkuchenhaus. Es ist falsch. Da war ich die ganze Zeit, weil der ist überall. Oh, jetzt wieder für eine hässliche Seite. Ich habe einen Tannenbaum. Ich habe hier auf jeden Fall einen Tannenbaum. Ja, das ist auch mal eine hässliche Seite gepflegt. Also es ist beide hässliche, aber die ist weniger hässliche. Ja, dann müssen wir mal die schöne. Hammer. Millie, zeig mal deinen Schlitten. Der ist wirklich geil. Ja, 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 ja. Ja, ich blöde. Ich blöde. Ich blöde. Ich blöde. Ich blöde, das... Genau deswegen. Ist er ein bisschen teig in die Hose? Nee, kein Teig. Aber... Good morning, Freunde. Ich bin nicht alleine zu Hause. Ich habe Besuch. Hi! Und Bonti liegt da einfach so tot. Süß. Na ja, auf jeden Fall waren wir jetzt gerade schon einkaufen. Wir sind im krassesten Schneesturm nach Hause gelaufen. Und ja, jetzt habe ich mir Rice Pudding gemacht, weil es ist echt kalt gewesen und jetzt so was warmes ist. Richtig, richtig geil. Oh mein Gott! Side-Eye Bounty. Das ist so süß. Ja, auf jeden Fall machen wir dann noch ein bisschen Content. Ah, draußen liegt noch, warte, draußen liegt noch unser Energy im Schnee. Oh mein Gott, wann hatte ich schon mal? Ich hatte, glaube ich, noch nie Schnee auf meinem Balkon. Das ist krass. Ja, auf jeden Fall esse ich das jetzt erstmal und dann melde ich mich später irgendwann zwischendurch mal wieder. Aber ich glaube, heute eher weniger wahrscheinlich. So, Freunde, ich habe jetzt ein Bananenbrot gebacken. Ich habe übrigens jetzt mittlerweile zwei Personen und einen Hund in meiner Wohnung. Ja, es ist auf jeden Fall sehr voll. Wir müssen jetzt alle zu dritt hier fertig machen. Das wird auf jeden Fall lustig. Und ich habe diesmal ein Pistazien-White-Chocolate-Bananenbrot gebacken. Und ich mache jetzt auf jeden Fall einen Taste-Test noch kurz. Machen wir jetzt mal einen Anschnitt. Ich hoffe nicht, geht das schon. Wow! Oh mein Gott, das ist ja so perfekt geworden. Und ich habe es diesmal ja nicht mit veganem Whey gemacht. Mit veganem Proteinpulver, sorry. Aber richtig geil. So, Freunde, wir sind jetzt ready gemacht. Es geht gleich los. Und jetzt seht ihr endlich mein Kleid. Ich habe mich nochmal umentschieden heute Morgen. Eigentlich hatte ich ein anderes geplant. Aber jetzt ist es das geworden von Naked. Und ja, es glitzert. Es ist von Köln. Ich liebe es. Ich habe die Schuhe an. Mal gucken, wie lange ich es auf den aushalte. Und ja, genau. Selber eine Ohrringe, selber Schmuck. Yes! Ich bin dankbar, ich bin heute hier stehen zu können. Und wie groß alles geworden ist, dass es wirklich unglaublich ist. Eine Sache, für die bin ich besonders dankbar. Und das ist, dass alle Menschen, die heute hier sind, sind mir besonders wichtig. Jeder Mensch, der heute hier ist, dem verbringe ich gerne Zeit. Alle Menschen, die ich liebe, sind heute in diesem Raum. Danke, dass ihr heute den Abend mit uns verbringt. Ich freue mich wahnsinnig drauf. Und ich würde sagen, auf EUA Weihnachtsfeier 2023! Boah, geil! Es gibt Dessert, One-Moon-Pink-Drink. Ich sag mal nicht, was es ist. So, guten Morgen, Freunde! Von mir und meinem Bananenbrot auf einem bisschen verkrepten Teller. Naja, auf jeden Fall ist gerade mein Apfelmark auf die Tellerkante gefallen. Und ja, aber trotzdem lasse ich mir das nicht nehmen. Richtig geiles Bananenbrot. Auf jeden Fall ist es schon gekleckert. Perfekt! Ja, mit Apfelmark und White Chocolate Drops. Richtig geil. Ich muss noch aufpassen, dass ich jetzt nicht die ganze Zeit am Laptop kratze. Ja, geil. So, Freunde, unser Nachmittag besteht aus im Bett chillen. The Voice nachgucken, weil Tonja es noch nicht geguckt hat. Und wir am Freitag zum Finale zum Live-Zuschauern gehen. Und wir haben jetzt Essen bestellt. Ich habe irgendeinen Nudelauflauf bestellt mit Pute und Nudeln und so. Und ein Pizzabrötchen mit Käse und Tonja hat eine Pizza mit Mais und Salami. Und wir freuen uns jetzt richtig drauf. So, Leute, wir haben heute richtig gesund eingekauft. Das Kinder Country ist schon vernichtet worden gerade. Wir haben ein bisschen Chips und Gummibärchen und so gekauft. Heute haben wir eine Cola. Und wir haben uns jetzt noch einen Salat an der Salat-Tecke zusammengestellt. Beziehungsweise sehr wenig Salat und sehr viel anderes Zeug. Wir haben Nudelsalat. Ich weiß gar nicht mehr, was ich alles drin habe. Nudelsalat, irgendeinen Brokkolisalat, Weißkohl, Karotten, Käse, einfach so Gouda, richtig random. Irgendwas mit Kichererbsen und Mais habe ich noch drin. Und Tortillachips. Das genehmigen wir uns jetzt. Oh, yes. Es ist gebraten und geil. Geil, geil, geil. Freuen sie sich auch. Yeah. Und ganz viel Ketchup-Auswahl. Geil. So, good morning, Freunde. Wir sind schon hier am Vollpacken, weil wir fahren jetzt gleich nach Berlin. Wir fahren nämlich zum Finale von The Boys of Germany. Zum Zugucken natürlich nur. Also ich habe nichts verpasst. Ja, deswegen ist hier gerade noch ein bisschen Chaos. Ich fahre auf jeden Fall in Jogger. Bounty kommt übrigens auch mit ins Hotel. Der läuft damit. Richtig cool. Und ja, ich versuche euch ein bisschen... Ne, ich kann euch gar nicht mitnehmen. Stimmt. Ne, weil da keine Handys erlaubt sind. Hehe. Aber ihr könnt es ja im Fernsehen gucken. So, Leute, wir sind auf dem Weg nach Berlin. Und es gibt zum Frühstück einfach gebrannte Nutella-Mandel und Energy. Ich lieb's. Ich lieb's einfach. So, Freunde, wir machen hier gerade einen Zwischenstopp am Rastplatz. Wir haben noch circa fünf Stunden vor uns. Oh mein Gott, das wird lustig. Bounty ist übrigens auch da hinten am Start. Da. Bounty, hallo. Naja, auf jeden Fall... Hab ich mich die ganze Zeit auf eine Tankstellenbrezel gefreut. Und hier habe ich sie. Ich liebe Brezeln von der Tankstelle. Ich hoffe, dass sie gut ist. Ja, gibt glaube ich bessere, aber wir probieren mal. Ist okay. Schmeckt. Hm. Die gebrannten Meilen sind auch fast leer. Aber naja, wir fahren jetzt mal weiter. So, Leute, wir haben es um halb zwei nachts. Meine Pizza ist ein bisschen komisch angekommen. Naja, wir haben auf jeden Fall... Ich kann nicht mehr reden. Wir haben Pizza und Pommes bestellt. Gibt's auch Pizza, dann ist nichts zu erlaufen. Ja, aber wir haben Hunger. Wir brauchen jetzt also... So, Freunde, es geht zurück nach Köln. Ich habe Kaffee und Monster. Ich habe keinen Kaffee. Und noch Eistee. Wir waren noch bei Kaufland. Ja, wir sind das Bühnereben und jetzt geht's zurück. Yeah. Ich habe keinen Kaffee. So, Freunde, ich habe mir jetzt Essen gekocht. Und zwar gibt es richtig lecker ganz viel Pasta mit Sahne, Käsesauce, mit Proteinsahne und Gemüse, weil ich brauche unbedingt Gemüse und noch mehr Käse. Einfach überbacken. I mean, schaut es euch an. Wie geil kann etwas sein. Oh mein Gott, ich kann nicht mehr. Ich freue mich da jetzt so drauf. Ich brauche das so, so dringend. Mein Körper braucht so dringend Vitamine. Ich sag's euch. So, Freunde, back to the Routines. Oh mein Gott, wie sehr ich mich über diese Bequarkbowl freue mit Beeren und Apfelmark. Und, guess what, ich habe endlich wieder neue Designer-Bärchen am Start. Ich habe mir gleich eine ganze Box von den Hazelnut Nougat Designer-Bass mitbestellt. Weil es sind einfach die besten, die schmecken wie flüssiges Nutella in der Mitte. Das ist einfach so, so geil. Und das gibt's jetzt bei mir. Und eventuell snack ich noch ein paar Chips. Weil Tonja hat hier, ich glaube, wo denn, hier noch, warte, nicht das ist das, hat noch ein paar Chips übergelassen. Und ich glaube, die müssen heute Abend auch noch dran glauben. Aber mal sehen. Musik